8 Meter, das sind schon gerade 8 Kilometer, dann kommen dann noch diese Höhen dazu und was ihr seht, ist nur die Deckslagen. Also die Quartäne, die halt wegstehen, auch die Lugendeckel, diese grauen Gebilde, das sind die wasserlichen Abschlüsse, die Lugendeckel, nämlich die Abschlüsse zu den Nadelräumen, eben zu den Lugeln und diese Tonnen über Tonnen schwäbigen Gebilde eben so konstruiert, dass die dieses Wahnsinns Gewicht der Deckslas tragen können und man kann heutzutage 11 lagen Container bei den modernsten Schiffen hochstapeln, also 11 Container, ein und ein und ein und das sind die gesamte Schiffsbreite über das gesamte Schiff, das müsst ihr euch mal vorstellen, deswegen kommen hier auch diese Zahlen zusammen, aber es sind auch fast 4 Fußballfelder, es sind schon bei über 319 Liter, es sind fast 4 Fußballfelder aneinander dabei, es sind über 50 Liga breit, der hier ist genauso breit, wie wir lang sind und wenn man uns bei dem hier quer am Eck stehen würde, wenn man über den Antakon gesteuert, wenn man uns dann hier die Lugendeckel anpacken, Deckel zu aus dem Haus, wenn man uns gar nicht mehr sehen, solche Maße hat das inzwischen angenommen, dass das mal auf euch wirken, ich muss mal ein verzahntes Stückchen, glaube ich, ein bisschen tief gießen, ich bin ja auch heute sowieso nur der Gastdinger eigentlich, ich war auf einem anderen Schiff, aber wir wurden geordert und uns wurde gesagt, wir müssen schnell raus, wir müssen ja auf den Wasser, wir müssen fahren, fahren, fahren. So, guckt euch, was machen wir, das ist schon, das ist der fällige Wahnsinn geworden, 54 Meter, fast ein halber Kilometer Schafaschiff. Mein Neffe fährt bei der Antakon zu sehen, wir werden also bei der Antakon zu sehen, über 15.000, kommt hier an.